Deutschland subventioniert die Herstellung von Chips für Europa mit fast 10 Milliarden Euro. Für unsere Chips aus Franken ist kein Pfennig übrig. Dafür zeigen wir Ihnen, wie das Gewürz gemacht wird und wie man auch die Chips macht. Im Moment ist es ein bisschen laut, deswegen vertonen wir das vielleicht hinterher. Mal sehen. Sie brauchen zunächst mal festkochende Kartoffeln und dann den Röslehobel, der sich sehr fein einstellen lässt. Und dann wird zunächst mal die ungeschälte Kartoffel in hauptdünne Scheiben geschnitten. Dabei ist es geschickt, die Kartoffel festzuhalten, sonst tut es weh. So, wir arbeiten mit Olivenöl. Einfach, weil es den besten Geschmack gibt. Und dann verteilt man die Kartoffel auf dem Teppanyaki, der auf 8 beheizt ist. Das sind ungefähr 180 Grad. Idealerweise fängt man ein bisschen außenrum an und geht dann von außen nach innen mit den Belegen. Und am großen Teppanyaki haben Sie ja zwei Wärmezonen. Aber es sind beide gleichgeschaltet, weil wir wollen ja, dass alle Chips halbwegs gleichmäßig werden. Und Sie sehen, dass eine mittelgroße Kartoffel so ungefähr für den halben Teppan reicht. Wenn Sie einen ganzen voll machen wollen, dann brauchen Sie noch eine. So, natürlich kann man unsere Küche jetzt auch auf eine etwas angenehmere Arbeitshöhe hochfahren. Und immer mit dem Rutschen des Öls darauf achten, dass unter jedem Chip auch genügend Öl ist. Nachdem der Teppan seine Temperatur exakt auf den eingestellten Wert, in diesem Fall 180 Grad, hält, brauchen Sie auch bei Olivenöl keine Angst zu haben, dass es zu heiß wird. Das funktioniert bei uns seit über 20 Jahren. Hoffen wir, dass der Sturm etwas nachlässt und dass wir zwischendrin den Newsletter drehen können. So, Sie lassen die Chips drauf liegen, so lange, bis Sie es am Rand außenrum sehen, dass Sie jetzt von unten schon etwas gebräunt sind. Dann ist es wichtig, dass Sie eine Spitzzange haben. Und manchmal ist auch die Schwachtel sehr hilfreich, wenn irgendwo dann eine Kartoffel anhagt, kann man sie etwas leichter entfernen. So, Sie wellen sich schon etwas. Sieht man hier, da kann man dann schon ganz einfach die Kartoffeln wenden. Das Zubereiten von Chips hat auch ein bisschen etwas Meditatives. Und Sie sehen, hier sind sie schon schön gebräunt. Ich kann jetzt auch das Öl, was an den Rand gelaufen ist, hier noch nutzen und die Kartoffeln da noch reintauchen, sodass also wirklich alle sehr schön goldbraun werden. Soll das Gewitter bald mal aufhören? Dass wir den Ton für den Newsletter machen können. Extra bis abends gewartet, dass alles schön ruhig ist. Und jetzt kommt das Gewitter. So, Sie werden schön goldgelb. Während des Kochens einen Schluck Wein in den Koch schütten. der Silvaner von Manfred Rote, ein Bio-Wein. So, wenn Sie schön goldbraun sind, packen Sie sie auf ein schönes Küchenkrepp. Naja, da kann man auch noch eine größere Palette dazu nehmen. Dann wird mit dem Chipsgewürz Gewürz, es besteht zum größten Teil aus Salz und Paprika, aber auch ein paar andere interessante Zutaten. Finden Sie natürlich bei uns im Rezept. Jetzt so halten, von links nach rechts kippen und dabei entfetten. Und wenn Sie das Ganze jetzt auf einen Teller geben, Teller, Teller, dann kann man es gleich essen. Wenn Sie es in den Tellerwärmer packen, können Sie es noch ewig lang drin lassen oder sogar am nächsten Tag wieder aufwärmen. Wir wünschen guten Appetit. Bauen Sie auf jeden Fall. Wenn Sie ein paar Sekunden auf die V δen Mischung in den Mischung in der Fall waren, dann können Sie schützen, dass Sie bis jetzt auch einen neue Compañigen werden können. Ich habe mich auf den Walfall angst, Deine Kippen hat mich auf den todelle Hüterung.